Liebe Patientinnen und Patienten, ich möchte Sie im Namen der Medizinischen Klinik 1 des Klinikums Aachen sehr herzlich begrüßen. Mit diesem Video möchten wir Sie über die Ursachen und Veränderungen im Bereich der Vorscheidewand, den Begründungen an PFO bzw. ASD informieren und Ihnen die kathete-interventionelle Behandlung vorstellen. Dieses kann und soll jedoch nicht das ausführliche Aufklärungsgespräch mit den für Sie verantwortlichen ärztlichen Kolleginnen und Kollegen ersetzen. Wir hoffen aber, Ihnen hiermit zu einem besseren Verständnis zu verhelfen. Im normalen Herzkreislauf fließt das Blut vom rechten Vorhof in den rechten Ventrikel und von dort aus in die Lunge, wo es mit Sauerstoff angereichert wird. Anschließend über den linken Vorhof in den linken Ventrikel. Hier startet das Blut in den Körperkreislauf, um das Gehirn und die anderen Organe mit Sauerstoff zu versorgen. Vor der Geburt ist die Lunge noch inaktiv und das Blut wird zum größten Teil über das sogenannte Foramen-Ovale direkt vom rechten in den linken Vorhof geleitet. Von dem linken Ventrikel startet das Blut dann in den Körperkreislauf. Nach der Geburt mit den ersten Atemzügen des Lebens entfaltet sich die Lunge und der Druck steigt im linken Vorhof. Die zwei Membranen des Foramen-Ovale, welche als Tür fungieren, schlagen zusammen und verwachsen in der Regel in den nächsten Wochen und Monaten miteinander. Aber bei etwa 25 bis 30 Prozent der Menschen bleibt eine solche Verwachsung aus und es besteht somit lediglich ein funktioneller Verschluss. Ein sogenanntes persistierendes Foramen-Ovale. Ein PFU führt in der Regel zu keinen weiteren Problem im Verlauf des Lebens. Bei jeder tausendsten Geburt kommt ein Baby mit einem sogenannten ASD zur Welt. Ein ASD beschreibt ein Defekt der Vorhof-Scheidewand. Dieser entsteht dadurch, dass die beiden Membranen, welche den rechten vom linken Vorhof trennen, nicht ausreichend aneinander rangewachsen sind und ein Loch zwischen den beiden Vorhöfen besteht. Abhängig von der Menge des Blutes, welches aufgrund der veränderten Druckverhältnisse nach der Geburt jetzt ungenutzt vom linken in den rechten Vorhof fließt, muss das Loch im Verlauf des Lebens gegebenenfalls verschlossen werden. Im Verlauf des Lebens kann es passieren, dass gelegentlich Blutgerinnsel aus dem venösen Becken-Bein-System zum Herzen gespült werden. So ist es möglich, dass ein Gerinnsel über die Vorhof-Scheidewand hinweg in den linken Vorhof gelangt. Vom linken Ventrikel über die Hauptschlagader in die Arterien, welche das Gehirn versorgen. Hier blockt das Gerinnsel die Endstrombahn und ein Teil des Gehirns wird mit Sauerstoff unterversorgt und damit kommt es zu einem Schlaganfall. In diesem minimalinvasiven Verfahren wird über die Leistenvene und die untere Hohlvene passierend über den rechten Vorhof das Septum im Bereich des Foramovale mit einem Draht überwunden und es wird über einen kleinen Katheter ein stabiler Draht vorgeführt. Über diesen Katheter wird jetzt der erste Teil eines Doppelschirmes auf der linken Vorhofseite entfaltet und dicht an die Vorhof-Scheidewand herangezogen. Im nächsten Schritt wird der zweite Schirm auf der Seite des rechten Vorhofes entfaltet. Durch den Steg, der beide Schirme verbindet, werden die Schirme eng an die Vorhof-Scheidewand herangezogen. Zum Abschluss wird das Verbindungskabel abgelöst und aus dem Körper entfernt. Über dieses Drahtgeflecht wächst nun in den kommenden Wochen eine neue Herzinnenhaut und kommt danach nicht mehr mit dem Blutstrom in Kontakt. Zum Abschluss möchte ich Ihnen zu den häufigsten Fragen, welche mir in meinem Aufklärungsgespräch gestellt werden, Auskunft geben. Wie hoch ist das Risiko für den Patienten bei einem solchen Eingriff? Bei einem PFO- bzw. ASD-Verschluss handelt es sich um einen sehr sicheren Eingriff. Aber auch oder gerade deswegen, weil immer noch ein geringes Restrisiko besteht, wird die Indikation für einen solchen Verschluss im Bereich der Vorhof-Scheidewand sehr eng gestellt. Es wird immer überprüft, ob gegebenenfalls eine alternative Therapie genutzt werden könnte. Ein Team, bestehend aus Neurologen, Neuroradiologen und Kardiologen aus dem Klinikum Aachen, erstellen für jeden Patienten eine individualisierte Therapiefehlung. In dieser Therapiefehlung werden sorgsam Nutzen und Risiko möglicher Therapieoptionen gegeneinander abgewogen. Falls also eine solche Therapiefehlung für ein solches Verschlusssystem im Bereich der Vorhof-Scheidewand gestellt wird, können Sie sich sicher sein, dass bei der Entscheidungsfindung wie immer der Patient im Mittelpunkt steht. Wie lange dauert dieser Eingriff? Der Eingriff selber dauert etwa 15 bis 20 Minuten. Dies ist abhängig von den anatomischen Gegebenheiten und ob gegebenenfalls noch Messungen zur Bestimmung der Größe des Verschlusssystems durchgeführt werden müssen. Wird der Eingriff in Vollnarkose durchgeführt? Eine Vollnarkose ist in der Regel nicht geplant. In seltenen Fällen wird dieser Eingriff jedoch aus Sicherheitsgründen in Vollnarkose durchgeführt. Aber in der Regel wird dieser Eingriff niedlich unter dem Einfluss von beruhigenden Medikamenten durchgeführt. So wie Sie es möglicherweise bereits im Rahmen einer Herz-Ultraschalluntersuchung die Speiseröhre kennengelernt haben. Wir hoffen Ihnen mit diesem Video den PFO bzw. ASD-Verschluss verständlicher gemacht zu haben. Für weitere Fragen stehen Ihnen die für Sie verantwortlichen ärztlichen Kolleginnen und Kollegen sehr gerne zur Verfügung. Aber auch der Experteur wird sich am Vortag bei Ihnen vorstellen und für Ihre Fragen zur Verfügung stehen. Ich möchte mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen Gesundheit und alles Gute. Ich möchte mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich möchte mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.